Riley, wie war das Camp? Das ist der Weltuntergang! Das war gut. Sie fährt drei Tage weg und wir kriegen nur ein Gut. Sie fährt drei Tage weg und wir kriegen nur ein Gut? Ja, klingt okay. Zurück zum Spiel. Spielzeit, lass krachen. Riley ist jetzt ein Teenager. Du hast noch nicht gepackt. Ich bin so ätzend. Ein bisschen überreagiert. Ich hab die Konsole kaum berührt. Lasst mal die Fachfrau ran. Ich bin zu eklig, um ins Camp zu gehen oder je wieder irgendwo hin. Tja, ein kleiner Ausblick auf die nächsten zehn Jahre. Ich bin zweifelig. Ich bin so ein großer Fan von dir. Und wir sind Wallis neue Emotionen. Wisst ihr noch, als wir endlich in der Zentrale angekommen sind? Nostalgier. Das war vor ungefähr 30 Sekunden Nostalgier. Ja, das waren noch Zeiten. Fisch sind's da. Kommt her, ja. Oh, leider. Au. Uh, walkie talkies. Test, test, test. Können Sie mich hören? Ich muss den Knopf drücken. Hier, Freude. Verstanden. Over. Oh, ich steh drauf. Ah. Ah. Nicht runtersehen und immer weiter. Ah. 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 Sie kommt klar, oder? Ah, 50-50. Es gibt einen Teil 2. Ha ha, nicht ziehen! ARD Text im Auftrag von Funk